Jogi Stream Alarm und rein da geht's in einen neuen Anno 1800 Shorts. Heute Spielwaren für die Investoren, keine weiteren Fragen. Wie ihr wisst, brauchen die Investoren ja auch Spielwaren. Klar, Investoren spielen immer mit Spielwaren. Wenn ich so an Jeff Bezos oder so denke, klar, so die großen Investoren oder Rocket Internet oder so, die spielen alle den ganzen Tag mit Spielwaren. Schauen wir uns das mal an. Also hier haben wir Spielwaren und Spielwaren brauchen Filz, brauchen Zelluloid und brauchen Lacke und Farben. Lacke und Farben schauen wir uns zuerst an. Lacke und Farben, da habt ihr eine Insel, wo ihr Lacke und Farben produziert. Einfach hier so, da braucht ihr Quarzsand, da braucht ihr Harz für und Ethanol. Da mache ich die Tage im Video zu, wie es mit Lacken und Harzen so aussieht hier, wie man das so macht einfach. Und wenn ihr das dann produziert habt, dann shiftet ihr das auf die Insel, wo die schönen Spielwaren stehen. Also hier, da stehen Spielwaren. Als zweites braucht ihr Kirschholz. Ne, Entschuldigung, falsches Haus. Nicht Kirschholz natürlich. Streichen wir wieder. Ihr braucht Zelluloid. Zelluloid besorgt ihr in der neuen Welt. Hier steht eine riesengroße Zelluloid-Produktion von mir rum. Hier wird auch nicht Zelluloid produziert. Und für Zelluloid braucht ihr Baumwolle. Kampfer und Ethanol. Dazu auch die Tage mehr zum Thema Zelluloid. Und gehen wir zurück. Einmal aufs Cup. Wunderbar. Als drittes braucht ihr für die wunderschönen Spielwaren hier den Filz. Den Filz kauft ihr einfach ein. Wenn ihr dann mehr wissen wollt, wie ihr mit der Speicherstadt am besten handelt, guckt euch mal ein Video an zum Thema schwere Geschütze und Hochräder und Dampfwagen und so weiter. Da schaut ihr euch das mal an. Und da kriegt ihr dann auch mit, wie das Ganze funktioniert, wie man die Speicherstadt optimal einstellt und der Speicherstadt optimal handelt. Das ist nämlich wichtig für euch, weil mit Filz, wenn ihr den einkauft, spart ihr euch eine ganze Menge Produktionsketten der neuen Welt. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht so sagen. Ich bin so platt von diesen Spielwaren hier die ganze Zeit. Ey, wenn ihr euch was mal vorstellt. Ich sitze hier und erkläre euch jetzt, dass Investoren mit Spielwaren spielen in Anno 1800. Deswegen bin ich die ganze Zeit so ein bisschen baff und komme so richtig aus dem Konzept einfach, weil ich hier die ganze Zeit Spielwaren sehe. Ich habe das letzte Mal das letzte Mal, als ich ein Kind war, gespielt. Wie war das bei euch so? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das letzte Mal mit Spielwaren gespielt habt. Und ob ihr glaubt, dass Investoren wirklich mit Spielwaren spielen. Ich finde das schon ein Highlight einfach so. Ich fand schon Kaugummis einen Hit, dass die Investoren jetzt Kaugummis brauchen. Aber Spielwaren war ein absolutes Highlight. Kann ich nicht anders sagen. Okay, wie immer braucht ihr dann die Handelskammer dazu. Handelskammer ist must have. Das wissen Sie ja schon aus allen meinen Videos. Ohne Handelskammer geht gar nichts. Und die Handelskammer braucht ihr, da packt ihr rein. Schneller Reich werden Band 8. Das bringt euch plus 55% Produktivität und niedrig die Unterhaltskosten um 15% als Boni. Ihr packt rein. Schneller Reich werden Band 9 mit dem Boni plus 75% Produktivität und minus 10% Arbeitskräften. Und den Mali 125% Unterhaltskosten, 10% Brandgefahr, 25% Krankheitsgefahr und 5%. Und ihr packt rein. Schneller Reich werden Band 5. Die Axt im Haus mit dem Boni 45% Produktivität und den Mali 5% Brandgefahr plus 20% Krankheitsgefahr und einer negativen Attraktivität pro Gebäude von 15. Den Palast stellt ihr euch natürlich auch hin. Wie immer im Ministerium für Arbeit plus 60% Produktivität. Und dann wählt ihr hier aus die Förderung des Galvanismus mit 50% Produktivität aus Elektrizität. Wie ihr den Palast stellt, schaut euch mal mein Video dazu an, wenn ihr das noch nicht wisst. Da könnt ihr einfach mal anschauen, wie man den Palast stellt, wie viele Module man dafür braucht. Und ich sehe gerade, hier ist ein kleiner Fehler mir unterlaufen. Der Palast hier funktioniert nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Da fehlt nämlich ein einziges Modul hier, damit der Palast erreicht wird. Ich schaue mal, ob ich das gerade noch anders lösen kann. Oder ob ich noch ein Palastmodul nachstellen muss. Nun ja, stellen wir noch kurz ein Palastmodul nach. Seht ihr noch, wie ich das mache? Also Palast zeige ich auch nochmal kurz hier. War jetzt nicht so geplant. Hier ist der Palast und ich brauche genau ein Modul mehr. Ja, packen wir das mal hier rein. Zack, da ist das Modul. Und jetzt seht ihr, was passiert. Durch das eine Modul kriege ich drei Felder mehr Reichweite des Regionalministeriums. Hier war es. Und jetzt brauche ich noch ein zweites Modul. Vorführeffekt. Nun ja, noch ein zweites Modul hier rein. Da ist er. Ein zweites Modul. Nehmen wir das, packen wir das hier hin. Und jetzt ist es soweit. Da steht der Palast mit 119 Modulen. Und da ist es wieder angegangen. Denn ein Palastmodul gibt euch drei Felder Reichweite, wie ihr seht. Hier, es sind drei Felder mehr. Wenn wir aufs Regionalministerium gehen, kriegt ihr drei Felder mehr in jede Richtung. Perfekt. Wunderbar. Dann habt ihr jetzt alles soweit, dass ihr Spielwaren für die Investoren kennt. Ich habe keine weiteren Fragen mehr dazu. Wirklich keine weiteren Fragen mehr zu den Spielwaren. Viel Spaß bei Anno 1800. Bleibt dran. Das war Streamalarm.